Da kannst du nämlich richtig Gas geben, komischerweise mit. Ja, weil, äh, die haben das nicht... Du kannst damit erzählen, damit läufst du sozusagen, was? Und, äh, ja, dann hat man sozusagen das System ausgetrickst. Hey, was ist da? Zusammenbleiben. Ich denke, der ist heute gar nicht da. Aber ist noch nicht in Schlaufer rein. Okay, ich glaube, warum wir da noch nicht? Ich habe Wunder, was jetzt hat der hier? Äh, äh, äh. Siehst du, einfach nur zieht und schuldet. Guck mal, wie schnell der, guck mal, wie schnell der laufen kann. Jetzt gleich, guck mal. Ja, sie sind vollkommen, wie krass, Mark, hat er. Ja, vor allem gerade so bei Titanenlinen, weil die Wege so weit sind hier. Ja, da kannst du vollfisch Zeit damit sparen. Hinter euch, ein Kind, ne? Ja, ich weiß. Da haben wir doch schon unter Kontrolle. Ähm, ich geh mal runter, ne? Äh, hier ist ein einsames Schweinschmack heute, anfangs von mir. Basti, war das ein Bauchschwein, was ich da gerade betreten erschossen habe. Basti, äh, Bess, fängt das schon wieder an. Ich sag ja, ich muss dich beim Namen ändern, Alter, hat keinen Sinn mehr. Ja. Aber Bess spricht sich so leicht aus, das ist das Problem. Ja, weil die Menschen so faul sind. Ja, das ist das ja, gerade beim Spielen, ey. Warte, ey, ich kann dich heilen. Ja, warte, ich kann aber auch noch drücken. Ich kann aber auch noch heldenhaft sterben. Ich kann aber auch heldenhaft kämpfen. Ne? Was die jetzt wieder gegangen sind. Ver- verteidige du mal. Guck mal, Leute, wie spielt ihr denn? Ihr nutzt euch denjenigen schnappt, der die Diskette hat. Da greift ihr euch an, der am verkruttesten ist. Okay. Jo, ich hab euch beide gleichzeitig geheilt. Ja, ich bin aber gestorben, deswegen auch im Wunsch. Wat? Ja, weil der Anteil nach dem Nahkampf hat sich jetzt das gemacht. Wie witzig, da du den Abhänger. Ich bin auch gerade leer und sterben. Ich hab kein Medi mehr. Ach, da liegt noch eins. Wo ist dein Weltvolk? Ein Tod. Ja, zu weit hinten. Ja, die haben ihn alle angesprungen. Ja, ja, klar, sag ich das. So weit hinten. Man muss zusammenbleiben. Ey, könnt ihr euch mal an, was ich da mal hingehe, die Hüte kam? Ja, 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 ja. Wegen dem Anfänger, der da war so stark. Ist das so? Ja, abartig. Ja, ist so und nett. Wir haben das jetzt, seit die das mit Österreich zusammengelegt haben, irgendwie sind auch die, haben die Anfänger-Vorteile. Sie schießen einen Plasma-Katastschuss, schießen die dich ab. Ich nehme an, dass sich zu viele hier beschwert haben, dass er zu schwer wäre für die. Boah, das war ja peinlich. Aber das ist aber eigentlich auch unfair, gegenüber den Stärker-Sonder zu sein. Ja, das ist ja abartig. Du siehst ja, wie wir auseinandergeauft werden. Da haben wir Level 6 und gar keine Chance gegen Level 1er, wenn wir zusammenstehen. Da kann ja wohl überhaupt nicht sein. Vorsicht, Hitler, hier. Ey, die lassen doch keine Munition fallen. Drei KIs und niemand hat was ver- äh, fein gelassen. Der Plasma-Kataman kommt! Der Plasma-Kataman sieht aber auch ein bisschen gelb aus. Nee, ich hab noch Medi- äh, hätt's mich nicht vorhalten. Dann packt ihr wieder. Das Spooker. Ey, ich glaub, da sind die Spooker. Da sind zwei. Oh. Okay, Achtung. Locker. Nein, scheiße, Speisgranaten! Ja, da kam auf einmal drei KIs um die Ecke. Ja, da kam auf einmal drei KIs um die Ecke. Das ist doch gar nichts. Da kamen letztens bei mir fünf KIs um die Ecke. Ohne Quatsch. Fünf KIs? Äh, ich hab die Diskette nicht zählt. Sag doch im Ton. Ne, warum? Hier zwei können zweimal nach vorne gehen. Jetzt hab ich drei Schuss gebraucht. Ohne Quatsch. Warum ist ein, äh, Pukka wieder? Ja, der kann aber rotzeln. Da bringt der Hitschirm auch. Das hilft, äh, äh, sowieso nicht. Keine Muni mehr. Lurker. Ich hab keine Munition, doch. Was ist denn jetzt halt eh los? Irgendwas stimmt hier gerade nicht mit der Kriege. Ja, die ganzen Werte sind irgendwie total vergräten. Aber jetzt ist das eine. Boah. Ey, der Anfänger überlebt. Der dritte Blitz hat den jetzt erst getötet. Super. Ey, der Anfänger schießt doch lieber auf mich als auf die Mine. Ich weiß, was macht was. Geht denn rein, raus, rein, raus. Das, die macht wieder alles kaputt, oder? Ne, ne, der ist ja gar nicht hier drin. Der rinnt von Teams weg. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und ich weiß ja nicht, was der will. Das war eh bei Tacken zu knapp. Ein Tacken zu knapp. Oh, ich bin keinmal verreckt. Ich bin schlecht.